Willkommen bei Los Poyos Hermanos. Was darfst du sie sein? Tu jefe esta aquí? Donde esta? Oh, die Herren Toilette ist da vorn, die linke Tür. Cabron, ich sagte, ich will zu deinem Boss. Okay, ich, ähm, ich vertrete den Geschäftsführer. Er ist heute nicht hier. Ich meinte nicht den Geschäftsführer, sondern den Boss. Äh, Mr. Fring? Mr. Fring. Er ist gerade nicht im Haus, aber ich bin sicher, ich kann Ihnen auch weiterhelfen. Ich warte. Äh, okay, Sir, wenn es Ihnen nichts ausmacht, die anderen Kunden warten. Verzeihung, Sir, das geht hier nicht. Sir, das Rauchen ist im Restaurant verboten. Bitte, Sir, da, da hängt ein Schild. No fumar. Sir?